Nee, nicht Poppy. Poppy ist scheiße. Ich re-rolle, ich hab Twitch. Das konnte nicht schlechter werden. Are you sure about that? Wenn du nicht sagst, spiel ich AD Akali. Du spielst AP Akali, wutsch Papi. Ja gut, AD Akali. Das ist ein Wissgeburt, weißt du das? Und du bist ein Heter. Oh, okay. Katharina und Six haben die im Gegner. Und Aurelia Soll und alles ist scheiße. Ich hab noch kein Yasuo bis jetzt auch gesehen. Riot hat die Chance. Der zweite Ranger, das ist der dritte Seraph, das ist die zweite Katharina, das ist der vierte Aurelia Soll und der fünfte Six. Ich wünsche es halt so einer der einfachsten Chimps. Ich bin wohl zu sparen. Ich bin gestunt. Get fucked, alter. All me. Ein... Ey, wir haben einen Autotech durchgekommen. Und ich spiel Akali, die so die kleinste Menschheit. Hä, warum hat das nicht geklappt? Und bis Level 4 useless ist. Äh, Level 6. Oh, lol. Was war das denn von mir? Oh, guck den Damage an. Vielleicht stimmt das sogar noch, wenn ich hinterherkomme. Warte mal, warte mal, ich hab die Idee. Alter, ich hab Ulti, die hat 28 Sekunden cooldown. Meiner hat 18. Oh, 18 Sekunden? Alter, wir fischen die so hart. Ich hab jetzt wieder Ulti. Mistig. Auf Level 6 knallst du die Seraph doch, oder? Ja, und sowas from. Roll, der Lucky Crit feels good, ne? Oh, wie die alle von hinten einkommen. No, die Stones. Die Rolling Stones. Get off here. Oh, mein Gott, die Rolling Stones hätten mich fast gekillt. Alter, Azir ist so lustig. Der macht so viel Fun. Weißt du, was nicht lustig ist? Irgendwelche russischen fetten Frauen sind schatzvollen wegen Azir. Als ob der noch lebt. Ulti. Warte. Nein, meine ich wirklich nur, literally, ich. Mein ADC ist AFK gegangen. Da hab ich Annie gespielt. Best Ulti. Best, best fucking Azir Ulti. Zringa, Ringarus, Pimeros Minimus. Ist stark gegen Hitendorf. Du hast halt den Schaden zum Teil durchbekommen. Und 6 macht Allerock. Ich hab 2,48 Attack Suite. Ich hab 2,48 Attack Suite. Komm ich heute nicht weg? Ja, toll. Hilfe. Du hast den Turm. Ich glaub ich hab Warlords. Ja. Guck, jetzt kann ich in meiner Queue backen. Guck, ich bin unsichtbar. Und backen. Gott, doch auf. Do you even brain, bruh? Ja. Warte. Ich hab hier grad irgendwo ein Turm gefunden, wo ist der? Hä? Warum ist meine Passivwaffe Culdown? Ooohh! Nice to be won, Bitch. Mich gehuldet. Ja doch auch... Im Gegensatz zu dir ignorier ich das nicht Sondern, versteh' den Spaß. Ey, ich helfe mal Ichi. Auch keine Gruppe. Ich habe immer noch alle Knöpfe gedrückt und du hast noch ein bisschen. Ich habe gerade in deinem Gift geschoben. Die hat true damage pro Halter ist aber schon ein bisschen schwierig. Wer ist mein Schalter? Neeeeeein! Pantor 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 Quartor? Das ist ein Quartor Wender macht ein Pantor Ne ist kein Quartor Wär ich mir hier serious in nem Normal Ich bin nicht serious Die kommen die ganze Zeit 2W1 angelaufen Ey guckt euch das an Wo ist das wo ich drungen werde? Die 112 Alter unsere Kindheit ist irgendwie scheiße Ich bin AP-Champ Deswegen hasse ich AP-Champ hier Ich hab noch meinen Edge of Night Ich habe sogar den Sound vom Einkaufen gehört Dass ich Edge of Night gekauft habe Ey ich holte den weg Das ist auch so Noooo Das hat mir vor allem mein Vater gestillt Hätt ich gerade Edge of Night kappen Wie sieht es anders aus? Ah nein Ich bin so unsichtbar Neeee Als ob der Ich sterbe gerade komplett sinnlos Oh shit Was hat mich gerade gewon-shottet? Ich? Lol Aurelia und Weh Kriegst du nichts? Kriegst du nichts? Ja das ist das nicht geschafft Kriegst du nichts? Kriegst du nichts? Ich kriege nicht Ich kriege nicht Es gibt ein paar Champions Die muss man einfach auf Smartclass spielen Gbp, Alter ich hab nicht Class 50 GGEs What do we say when we win? GGEs Jetzt ist mir allerdings wieder langweilig Ok Vom 4 3 6 5 5 6 6 6 7 8 8 10 10 10